Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop für Donnerstag, den 14. Juli 2022. Wir schauen uns heute die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Im Anschluss gibt es noch einen wichtigen Tipp für den Alltag. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um in Zukunft nichts zu verpassen, abonnieren Sie kostenlos diesen Kanal und aktivieren Sie die Glocke, um eine Benachrichtigung zu bekommen, sobald Ihr neues Horoskop erscheint. Los geht's! Karriere Erledigen Sie Ihre Arbeit heute früher. Stehen Sie ein oder zwei Stunden früher auf als sonst und nutzen Sie diese wertvolle Zeit. Sie werden in diesen frühen Morgenstunden viel produktiver sein. Wenn der Nachmittag kommt, wird auch die Faulheit kommen. Gesundheit Wenn Sie das Gefühl haben, am Ende Ihrer Kräfte zu sein, neigen Sie dazu, sich von anderen abzukapseln. Das mag zwar funktionieren, hat aber eine abrupte Seite, die Ihre Gesundheit auf subtile, aber ernsthafte Weise beeinträchtigt. Wenn Sie sich von anderen trennen, trennen Sie sich auch von sich selbst. Das hat Auswirkungen auf Ihren gesamten Körper. Es sagt Ihrem Magen, dass er hungrig ist, auch wenn er es nicht isst, es sagt Ihnen, dass Sie schlafen sollten, anstatt aktiv zu sein. Es ist wichtig, sich selbst im Auge zu behalten. Liebe Wenn Sie versucht haben, die Aufmerksamkeit eines besonderen Menschen auf sich zu ziehen, müssen Sie weniger subtil vorgehen und Ihre Bitten direkter formulieren. Die heutige astrale Konstellation gibt Ihnen den zusätzlichen Anstoß, den Sie brauchen, um genau zu erklären, was Sie fühlen. Versuchen Sie nicht, die Wahrheit zu verdrehen, um sich weniger angreifbar zu machen, sondern seien Sie ausnahmsweise einmal ganz ehrlich. Sie werden dann viel offener und ermutigender sein. Jetzt noch ein kleiner Tipp für Ihren Alltag. Merken Sie sich die Namen der Menschen. Damit Sie sich geschätzt fühlen und zu Ihrem eigenen Vorteil, wenn Sie in Zukunft etwas von dieser Person wollen. Sagen Sie dazu den Namen der Person, wenn diese sich vorstellt. Wiederholen Sie den Namen dann einige Male in Ihrem Kopf, bis Sie sicher sind, dass Sie ihn haben. Verwenden Sie den Namen so oft wie möglich im Gespräch, damit Sie ihn nicht vergessen. Wenn Sie immer noch Probleme haben, denken Sie sich einen Reim auf den Namen aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihrem Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder für Ihr neues Horoskop vorbei. Bis bald.